Liebe Zuschauer, wie sind wir jahrelang angefangen? Eigentlich mit so einem einfachen Kugelgrill doch. Das kennt doch eigentlich jeder. Irgendwann war es einfach light, weil es einfach zu lange dauert. Und dann kam er. Die Innovation, das Beste überhaupt. Unser Bestseller auch im Shop. Viele kennen ihn, haben ihn und geben ihn auch gerne weiter. Der 2.0 Rambo, das beste Gerät überhaupt für Schaschlik, für alle möglichen Sachen. Und wir haben etwas Besonderes für Sie heute. Heute ist wirklich einmal Jahrestag. Wir haben für Sie den Rambo To Go. Rambo Grill To Go, liebe Zuschauer, das ist etwas, das ist einzigartig. Von der Arbeitsweise her, von der Grillschnelligkeit her, ich muss das schon runternehmen, weil das geht so flott, liebe Zuschauer. Und Sie haben natürlich hier auch immer die Möglichkeit vom Braten und auch vom Grillen her. Was neu ist an diesem System, das sehen Sie hier. Wir haben hier eine Grillfläche, wo fünf Spieße normaler Arbeitsweise Platz haben. Das heißt, alles das, was Sie natürlich auch zu Hause kennen. Das heißt, auch Ihre Spieße passen dafür. Aber was hier völlig neu ist, wir haben hier eine Glutmöglichkeit, wo Sie auch Outdoor, also draußen, am See, im Park oder wo Sie sonst gerne grillen mögen, in Sekundenschnelle einmal arbeiten können. Und das Schöne ist dabei, nicht nur mit Strom, Sie haben einen Stromanschluss natürlich dabei, das ist ganz klar. Aber wir haben vor allen Dingen auch einen Akku dabei, mit dem Sie einfach bequem, ohne dass Sie an Stromnetz gebunden sind, überall bis zu drei Stunden grillen können. Und das reicht meistens aus. Der Rambo Grill To Go ist verpackt. Und einmal nicht wundern, er ist sehr schwer. Da haben Sie fast über drei Kilo an Edelstahl, liebe Zuschauer. Und das ist in dieser praktischen Tragetasche. Und in der zweiten Tasche ist der Zubehör. Das heißt, Sie haben alles, was Sie brauchen in diesen beiden Taschen. Die kann man bequem mitnehmen. Und Sie haben natürlich auch ein normales Grillsieb, mit dem Sie Bratwurst, Hähnchenkollen, Schnitzel, Steaks und so weiter natürlich zubereiten können. Das kennt man ja. Aber was hier das Schöne ist, schauen Sie, das ist das ganze Gerät. Wenn man sich das mal anschaut, das ist unschlagbar. Und wenn Sie es benutzen wollen, machen Sie einfach Folgendes. Sie klappen einmal die Standfüße raus. Die sind ja hier einmal drin. Dass man hier einmal rechts, einmal links rausklappt. Das ist alles. Anschließend drehen Sie das einmal um. Und jetzt brauchen Sie nur eins machen, liebe Zuschauer. Wenn das einmal steht, rechts und links ausgerichtet. Einfach so loslassen. Und das Ganze ist fertig. Sie haben einen perfekten Grill in drei Sekunden aufgebaut. Wenn man sich so etwas vorstellt, kann man das wirklich nicht nachvollziehen. Wenn Sie ihn hochheben, werden Sie schon alleine am Gewicht erkennen, wie schwer das Ganze ist. Und vor allen Dingen, wie leicht und wie bequem man mit diesem System arbeiten kann. Ob Sie Grillrost oder Aufsatz drauf haben, der Aufsatz, liebe Zuschauer, ist natürlich auch dabei. Sie haben bei dem Rambo 3.0 einfach alles gleich mit dabei. Und das Schöne ist dabei, haben wir die gleiche Größe wie vorher. Und Sie sehen, das ist also auch hier in Sekundenschnelle passiert. Im Zubehörbeutel Nummer 2, liebe Zuschauer, da haben wir jetzt für Sie einmal alles, was Sie noch zusätzlich brauchen. Das heißt, Sie klappen den auf. Da ist ein Reißverschluss. Man hat auch hier einen Tragegurt zum bequemen Tragen. Da haben Sie gleich dabei sechs Spieße nach gewohnter Bauart. Das heißt, auch Ihre Spieße zu Hause passen natürlich einwandfrei dafür, also keine Angst haben. Die kann man nach wie vor weiter benutzen. Dann haben Sie hier zwei Reißverschlusstaschen. Hier haben Sie einmal die Kabel drin, die Blenden drin. Nochmal eine Anleitung, wo Sie alles nachlesen können. Alles, was man wissen muss für das System, leicht und bequem, so wie immer. Autark und vor allen Dingen auch für jeder Mann und jede Frau und jedes Kind leicht nachzuvollziehen. Ich sage, ab zehn Jahren Alter kann das jeder zusammenbauen. Dann haben Sie hier eine große Tasche. Da ist dann unser neuer Motor drin. Der hat nochmal zusätzlich einen Regler. Hier können Sie, wie gesagt, die Geschwindigkeit, die Drehgeschwindigkeit regeln. Warum das sehr wichtig ist, wissen viele, die grillen. Weil, wenn die Kohle natürlich sehr weit runter ist, dann drehe ich den Motor auf langsame Geschwindigkeit. Ist die Kohle noch sehr hoch und sehr neu, dann drehe ich auf hohe Geschwindigkeit, sodass das Fleisch eine gleichmäßige Garung hat und nicht verbrennen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch bei dem normalen Grillaufsatz. Da brauche ich den Motor aber nicht, sondern brauche nur das Fleisch früh genug drehen und die Bratwurst natürlich auch. Da muss ich nach wie vor nach einmal schauen. Das ist natürlich alles immer gleich mit drin, liebe Zuschauer. Sie haben hier einmal eine Tasche extra für das Motorsystem. Vor allen Dingen, was das Schöne ist, Sie können es immer wieder leicht und bequem im Auto verstauen. Man hat es eigentlich immer dabei. Hier vorne ist jetzt nochmal ein langer Reißverschluss drunter. Da ist dann nochmal der LiPo-Akku, da sind die Querstreben, da sind die Ladekabel und da ist natürlich auch ein Schraubenzieher, damit wir sofort überall arbeiten können. Das heißt, Sie brauchen wirklich nichts außer Grillkohle. Die müssen wir natürlich noch dazu kaufen. So, ansonsten, liebe Zuschauer, ist alles drin. Natürlich auch ein Ladegerät, um den LiPo-Akku wieder aufzuladen und natürlich auch ein langes Kabel, wenn Sie mal an die Steckdose wollen. Auch der Adapter für die Steckdose ist dabei. Ich habe den zum Beispiel zu Hause bei mir. Ich habe einen Gasgrill, muss ich wirklich sagen. Sorry, tut mir leid. Viele haben immer geschimpft, oh, Grill, Grill, Grillkohle. Meine Frau sagte, ich will jetzt einen Gasgrill. Was macht man nicht alles für die Ehefrau? So, seien wir ehrlich. Ich habe mir aber den da hingestellt, weil das ist für Schaschlik das Fantastische. Oder wenn ich auch mal ein Steak richtig scharf anbraten will, da müssen Sie den mal ausprobieren. Der hat eine Hitzeentwicklung. Das gibt es gar nicht. Wenn Sie das einmal erleben, werden Sie mir schreiben im Internet, werden Sie sagen, das war wirklich so. Und das können wir hier behaupten, liebe Zuschauer. Unschlagbar, Qualität, Leistung und vor allen Dingen, das ist wirklich etwas, wo man ein Leben lang Freude dran hat. Ob Sie nun Schaschlik, ob Sie Schnitzel, Steaks, ob Sie Brötchen von mir aus aufwärmen wollen. Ja, Sie können ja auch Würstchen da drauf machen. Das ist ja völlig egal. Wir können ja alles damit machen, wenn wir jetzt nur mit dem Grill arbeiten wollen und nicht mit den Gittern. Obwohl natürlich alles dabei ist, liebe Zuschauer. Aber wenn Sie überlegen, wir haben fünf Spieße hier drauf. Viele sagen immer, oh, fünf Spieße. Fünf Spieße, liebe Zuschauer. Wissen Sie, wie viel Fleisch das ist? Fünf Spieße. Das ist eine Menge, 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 Menge Fleisch. Da muss man erst mal überlegen, wer das alles essen kann. Ja, so viel, wenn man das mal sieht, das ist enorm. Ja, und das sind nicht einfach nur fünf Schalen, weil die sind ja etwas größer bei uns, die Abstände, sodass Sie da auch noch mehr Fleisch drauf kriegen könnten. Also, nicht vergessen, auch hier sollte man drauf achten, was man einfach kauft. Denn es gibt viele, viele Mitbewerber, die leider minderwertige Qualität anbieten. Nicht das, was wir Ihnen zeigen. Und das ist traurig, aber wahr. Rambo Grill Togo, liebe Zuschauer, ist die Innovation zurzeit, mit allem Zubehör in zwei praktischen Tragetaschen überall mitzuführen und für zu Hause super als Ergänzung zu dem normalen Grill. Denn man will ja vielleicht nicht immer den großen Grill anwerfen, nur weil man mal vielleicht ein paar Würstchen oder ein Schastelik haben will. Machen Sie das hier mit. Es geht so schnell, so bequem, dass ich es einfach nicht oft genug zeigen kann. Das ist einfach unschlagbar. Auspacken, wenn man ihn nicht zu Hause hat. Ja, das ist, also Sie haben ja hier die Füße drauf, da müssen wir einfach die Füße ausklappen. Einmal rechts, einmal links, das kann jeder. Dann drehen Sie das Ganze um und lassen einfach los, halt. Einmal rechts richtig einstellen, so. Und dann loslassen und der Grill ist fertig. Was sagen Sie nun? Ich glaube, nichts Unschlagbares gibt es zurzeit. Rambo Grill2Go ist die Innovation in 2020, liebe Zuschauer und 2021. Die gehört auch zu Ihnen nach Hause. Nicht vergessen, viel Spaß damit. Und wie gesagt, denken Sie an meine Worte. Getestet, für gut bewunden und Sie kennen mich. Denn das ist Qualität, die seinesgleichen sucht. Viel Spaß damit und vielen Dank.